Ja, grüßt euch Leute. Ja, mal was anderes jetzt an dieser Stelle. Aus aktuellen Anlass haben wir eine Scam- bzw. Fake-Warnung für euch. Ganz, ganz wichtig. Die meisten von euch haben ja schon mal einen Ice River Mana bezogen, bzw. viele von euch nutzen den auch. Ja, worum geht's? Und zwar geht's um diese X-Seite hier von Ice River EU. Vorsicht hier, ne? Ja, das ist nicht die offizielle Ice River Seite. Das heißt, alles was hier drin sich verbirgt, was hier gepostet wird, alles Scam. Auch der Shop ist Scam. Ganz, ganz wichtig. Also das hier ist definitiv nicht die richtige und offizielle Ice River Twitter bzw. X-Seite. Sondern das hier ist die richtige. Ihr seht hier nochmal Ice River Miner. Also hier seht ihr auch IceRiver.io. Jetzt die offizielle Website. Alleine schon der Unterschied seht ihr hier. 1136 Follower gejoint im November 2023. Und Ice River selbst hat hier über 8.000 oder knapp 9.000 Follower im März 2023 eingestiegen. Also seht ihr nochmal unten im Alias. IceRiver.io. Fake. Scam. Vorsicht, ne? Und hier Ice River Mana als Alias. Das ist quasi die richtige Seite. Auf den Webseiten ist es ähnlich. IceRiver.eu ist die Fake-Seite. Also wir befinden uns jetzt hier auf dieser Seite bei IceRiver.eu. Das ist wieder die Fake-Seite. Das heißt, ihr könnt hier zwar bestellen, werdet aber auch nichts bekommen, wenn ihr was bestellt habt auf der Seite. Die richtige Seite ist die hier. Das ist IceRiver.io. Also IceRiver.io. Und wenn ihr auf dieser Seite hier bestellt, bekommt ihr das auch. Also wie gesagt, IceRiver.io ist das Original. IceRiver.eu ist die Fälschung. Ist eine Kopie. Ist Scam. Ist Betrug. Ihr werdet hier nichts bekommen. Hier auch nochmal bei Twitter. IceRiver.io. Das ist wieder das Original. Seht ihr hier knapp 9000 Follower im März beigetreten. IceRiver.io als Webseite. Und hier nochmal der Fake-Twitter-Account von IceRiver.eu. Seht ihr auch noch mehr IceRiver.eu. Das ist quasi der Fake. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr in dem Shop hier was kauft und euch wundert, warum ihr nichts bekommt. Weil, wie gesagt, ihr werdet in diesem Shop nichts bekommen. Ja, wenn ihr euch wirklich relativ unsicher seid, was die Shops allgemein angeht. MeinShop.eu. Das ist die Seite, wo ihr mit auch gutem Gewissen was kaufen könnt. Das ist keine Produktplatzierung. Ich kriege das jetzt hier auch nicht bezahlt oder irgendwas in der Richtung. Auch kein F-H-L-Link, nichts. Sondern hier weiß ich, hier wissen wir, dass man bei MeinShop.eu bestellen kann ohne Probleme. Ja, das funktioniert richtig gut. Ist zwar ein bisschen teurer wie woanders. Aber es ist egal. Es kommt auf jeden Fall an. Also, nochmal zum Zusammenschreiben, zusammenmalen. IceRiver.eu Fake. Bitte fänger davon. IceRiver.eu ist das Original. Hier ist wieder die Fake-Seite. IceRiver.eu Fake. Und das Original ist die hier. IceRiver.eu. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. Und ich hoffe, ihr habt nicht auf dieser Seite bestellt, weil dann seid ihr euer Geld definitiv los. Das war es von mir. IceRiver.eu ist die offizielle Website. Und halt eben hier IceRiver.eu. Miner im X bzw. Twitter ist auch der richtige Twitter-Kanal. Lasst euch bitte nicht blenden. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr irgendwelche Miner online kauft. Ja, gerade wird überall gefakt. Gerade in dem Bereich. Ganz schlimm. Und wenn ihr eventuell noch mit irgendwelchen Krypto-Wern bezahlt habt, ist die Kohle weg. Ja, so schlimm wie es ist. Ich habe euch jetzt darüber aufgeklärt. Bitte seid vorsichtig. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch was. Bis später. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020